Was geht ab, meine Freunde? Willkommen hier zu einem neuen Vlog. Ich bin mal wieder am Stillsehen. Es gibt ein paar neue Infos. Und zwar... Ist mir fast die Kamera raushalten. Und zwar kommt die neue Hitman Episode. Die nächste Mission, die in Italien spielt. Am 26. April raus. Leider ist es am 25. Aufnahme. Muss ich mal schauen, wie ich das hinkriege. Wenn die nicht allzu groß ist, dann nehme ich am 26. einfach gleich instant die nächste Folge auf. Und hau die auch gleich raus. Und jo, also da kommt dann Italien. Sapienza, glaube ich, heißt die wunderschöne Stadt im Süden Italien. Oh mein Gott, das ist total überblindet. Läuft! Beste Voraussetzung. Gerade angefangen, schon kommt die Sonne wieder raus. Beste! Überhaupt! Soviel zu Hitman. Und dann noch eine kleine Änderung im Kanal Konzept. Und zwar werde ich in Zukunft so 10 bis 15 Minuten Videos machen. Das hat den Grund, ich habe gemerkt, dass irgendwie kürzere Videos ein wenig, ja sagen wir mal, beliebter sind. So, was die Videos angeht. Und besonders halt, wenn man kleiner ist als YouTuber. Und deswegen dachte ich mir so, jo, einfach mal als Versuch, wird jetzt einfach mal als Versuch gestartet. So, 10 bis 15 Minuten Videos. Man schafft trotzdem erstaunlich viel, habe ich gemerkt. Besonders halt bei den Spielen, die ich jetzt gerade... Oh Gott, diese Überblendung. Läuft bei der Sonne. Cool. Egal. Auf jeden Fall, jo, dass ihr Bescheid wisst. Kürzere Videos. Immer noch geiler Inhalt. Sehr prägnanter Inhalt. Gott, das wird ja so scheiße aussehen. Das weiß ich jetzt schon. Ich rieche es. Ich rieche es. Gut. Und, jo. Gibt es noch was zu sagen? Wow, die Projekte werden sich nicht ändern. Nach... Na gut, Hitman dauert eh länger als Sly. Ja, nach Sly 2 würde ich dann erstmal Deponia zu Ende machen. Der vierte Teil ist da draußen. Habe ich mir auch schon geholt. Der wird zu Ende gemacht. Und anschließend... Ganz ehrlich, mal schauen. Ich habe so viele Projekte noch offen. Und bin mir echt unschlüssig, welches davon ich als erstes nehme. Es wird eine spontane Entscheidung, worauf ich gerade am meisten Lust habe. Es wird auf jeden Fall geil. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin. Peace out. Euer Raccoon Style Play. Ciao.